hallo und herzlich willkommen zurück bei shazadi spiel medieval dynasty wir brauchen wasser für das mädel und ich weiß jetzt nicht ein holzstamm und leinen garn ja also ein bogen werde ich ihr noch nicht zur verfügung stellen können ich habe keine ahnung wo wir leiden gern her bekommen wenn ihr noch ein speer reinlegen vielleicht manchmal mag sie ein speer haben machen wir uns lieber neuen weil sperr zwei steinmesser ja vielleicht nützt ihr das was dann hole ich mir noch die zwei holzstämme machen mir wieder zwei neue sperre weil wir werden auch jagen gehen müssen denke ich mal und wir haben ja ein eisenmesser ist das jetzt wieder ausgerüstet nein natürlich und setzen wir das ja genau drei und vier bekommen dann noch wir müssen echt gucken dass wir für sie wasser organisieren wir selbst brauchen auch mal wasser hoffen die hat noch essen wenn man kontrollieren sollen wie viel essen die pro tag nimmt die sind auch mal wieder voll ach mal schauen ich habe mir jetzt zwischenzeitlich in der aufnahmepause diesen guide bestellt für das spiel vielleicht ja finde ich da ja auch noch ein paar antworten ich bin gespannt weil das spiel macht schon spaß also es macht immer mehr spaß je mehr man rein finden so aber wir geben jetzt uni ghost erst mal nie bohr nee hier hi ich habe deine sense großartig hattest du dabei irgendwelche schwierigkeiten sag du es mir was für schwierigkeiten könnten das gewesen sein ich habe möglicherweise ein klitzekleines detail unerwähnt gelassen sag bloß wie hast du es trotzdem fertiggebracht meine sense zurückzubekommen mit meinen münzen ich würde dir das geld zurückgeben aber ich scheine meinen geldbeutel verlegt zu haben ja sicher doch natürlich werd mal nicht frech jungchen davon abgesehen habe ich neuigkeiten für dich Sambor sucht nach dir nach mir bist du sicher man hat mir gesagt dass er nach dem mit den komischen augen und dem dummen gesicht gefragt hat verstehe dann werde ich wohl besser beim auftragen bevor er mich morgen das ganze bevor mich morgen das ganze tal so nennt naja immerhin haben wir reputation bekommen das ist schon mal nicht schlecht so wir gucken jetzt mal ob wir irgendwie einmal mit wasser 45 wir haben nur 33 okay ich komme gleich wieder ja immer schön dreschen genau so ja ich verkaufe dir mal nein besser alle alle so langsam finden wir uns auch zurecht ne okay so yes i i i i think so einmal mit wasser reicht vollkommen bin ich schon happy und wir kaufen beide ja auch ja du auch ich hoffe das funktioniert jetzt so ach die holzsperre so so wenn wir mal von hier aus schon unser kleines dörpchen da drüben wachsen sieht das finde ich wieder schön ja ja gewillt schweine fuchs der sommer ist auch bald um ne ja gewillt schweine fuchs gehen wir gleich mal da hoch ich will jetzt erstmal gucken ob sie mit dem wasser einmal glücklich wird hoffe sie ja 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 sie ist glücklich sie hat alles was sie möchte oh ist das schön sie nimmt ein fleisch pro tag und vielleicht ein wasser pro tag ja das wäre ja noch also das fände ich ja schwinglich wir gehen jetzt einfach mal hier hoch und gucken mal aber vielleicht ein paar füchse und ein paar wildschweine finden weil hier oben hatte ich schon mal schweine gesehen ist das ein fuchs ein fuchs so ein fuchs wir haben jetzt noch schweine finden würden ich brauche ich ausnahmsweise mal gar nicht das bison ist das camp ich weiß jetzt nicht sind die bisons aggressiv passiv aggressiv wenn ich sterbe ist das spiel um ohne macht es nicht einfach hätten sind häuser baran baranika und branica oha mir wäre jetzt trotzdem ein paar schwein oder so noch lieber oder ein füchschen du hast uns gestohlen mehr ausgestorben hier ne aber irgendwo muss doch mal aufkreuzen schweinchen oder noch ein jetzt hier schon in dem kopf baranika baranika fängt jetzt schon an die verwechslung na super ok also hier kommt man relativ zügig hin bringt mir aber nichts weil hier keine tiere sind ich hätte die quest werde ich gerne noch fertig ich glaube der sommer geht nicht mehr so lange kann ich sein dass hier keine viecher sind was ist das weg war die alle verscheucht oder was ich habe ein ton hat mal kurz gucken hier haben wir tun alles klar ja hier oben sind wir jetzt wölfe sind doof also mit wölfen mag ich mich im moment nicht anlegen weil wölfe sind schon ein anderes kaliber ne gehen wir lieber mal wieder richtung heimat leckere bärchen aus denen irgendwas machen mal ein paar mitnehmen ohne lecker bärchen für zwischendurch wenn ich auch nicht verkehrt nicht schlecht herrscht doch schlecht kann doch nicht sein dass wir keine einzige wutz finden keine einzige wutz und treffe ich die denn nicht oh oh der holzspeer ist kaputt hallo warum treffe ich euch denn nicht kann doch nicht sein ich habe kein speer mehr ich habe kein speer mehr ich habe kein speer mehr laufen 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 albison alle drei speere ich sollte bei wölfen äh bei füchsen bleiben puh ich habe ein Stück jetzt komm kann doch nicht sein ich habe doch sonst nicht so probleme gehabt die wurzeln klein zu kriegen man lass mal wieder ausrüsten auf zwei auf drei auf vier äh wo waren die denn schon wieder von die wurzeln die wurzeln fin ja ok er hammer eine fehlen noch eine fehlt noch so hier waren noch zwei irgendwo noch nur kurz sein jetzt aber das war es aber eine holzhacke und eine einfaches säckchen was ist das für eine quest im kreis haben wir keine mehr das leben ist ein bauernhof ach so bauernhof okay das machen wir für uns das ist das ist hier kapitel quest okay ich mich nah da das würde ich auch gerne langsamer weiter führen aber dann haben wir ja jetzt auch wieder gut essen bären rockstein rock und stein könnten wir eigentlich noch ein bisschen sammeln wir sehen unsere holzsperre aus auf 3 auf 4 3 4 gut den würde ich gerne auf nicht auf die 1 auf die 2 legen wollen und stehe erstmal alle gut gehen auf die 2 das kompliziert den auf die 2 f den auf die 3 f den auf die 4 und die axt auf die 1 2 jetzt haben wir ja dass wir erstmal halt die nutzen die die schon durch sind holger haben rollstoff ok ich bin gerade ein bisschen lost muster lang genau hier kommen wir genau nach hause ja dann war das ja doch erfolgreich ich dachte das wäre so eine quest die wir noch im sommer schaffen müssen wusste nicht dass das jetzt hier quasi unsere kapitel quest ist aber ja man wird ja auch durch das spiel so ein bisschen eingeführt aber wenn ich jetzt sehe wir sollen eine holzhacke und einfach säckchen machen weiß ich jetzt schon wofür ja immer schön hoppeln nicht hingucken einfach nicht hingucken aber es gehört nun mal dazu gut war hier irgendwas zu erledigen nähne so wird das richtig schön dargestellt auch heute nichts bei euch ich habe euch ja eine frau vom lagerfeuer geklaut und sie ist bei mir nicht glücklich mal gespannt ob ob sie jetzt ein bisschen zufriedener wird wenn sie es essen und wasser hat immer auch mal nach hause und essen auch mal ein bisschen was ich noch womit kann ich mich denn heilen kann man irgendeine band oder sowas herstellen wie kann ich mich denn heilen mit kräuterchen vielleicht müssen mal gucken was ihre stimmung ist schon besser aber ihre stimmung steigt das ist schon mal gut ich habe da jetzt einfaches kleines haus jagd jagdhütte details anzeigen ja das ist ja das werkzeuge messer produktion nicht eingestellt ja aber ein fass und eine werkbank messer werkzeuge messer messer habe ich aber ihre reingetan ja sie hat ein messer hm 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 molgarn molstoff das behalten wir mal alles weg warte um das hungergefühl zu reduzieren aha man sollte vielleicht auch öfter mal lesen was dabei steht also ich weiß nicht warum sie nicht jagen geht weil da steht messer und messer habe ich ihr müssen die hier rein die messer oder müssen die da rein oder braucht sie viele messer braucht sie pro tag ein messer also holzsperre scheint sie ja nicht zu messer nehmen wir hier mal eins raus packen das hier drüben rein dann gucken wir mal aber ich bin der meinung die braucht das messer da da nicht hier aber ja so gucke ich mal noch nach kräutern so wir haben hier die weg warte beeren oder in der küche zu verschiedenen gerichten ja müssen wir auch mal gucken ob wir damit dann irgendwas machen können mit den beeren die bronzeachs ist schon ziemlich im das messer auch die holzschaufel auch so pilsenkraut wird verwendet um alkoholrausch zu reduzieren verheilung verwendet kann der wildnis gewinnen kann verzerrt werden plus zwei gesundheit wirst verlust von gesundheit bei vergistung stoppen johanniskraut wird zur entgiftung und früher sagen kann verzerrt und eine küche zu zubereitung verschiedene okay toll kirche ist giftig wird im sommer kann verzerrt oder weiterverarbeitet werden ja ich weiß nicht ob wir die und die weg warte wird verwendet um das hungergefühl zu reduzieren vielleicht sollten wir mal ein bisschen mehr mhm Kräuter sammeln tatsächlich ja guckt an hier haben wir noch ganz viele aber das ist alles toll kirche hier ne einfach mal noch ein bisschen sammeln weil es wird ja jetzt eh abend noch ein paar steine und ein paar stöcke sammeln aber vielleicht noch ein paar steinmesser herstellen und diese verkaufen ein stock stein da kann man nichts macht mit hier haben wir noch zweige mich interessieren eigentlich eher die steine aber ja es wird ja lang auch sind wir schon wieder so oha so wir haben das wohl gern auch noch die ganze zeit bei uns ne sollte ich vielleicht mal ein paar also ich vergesse immer das spiel auf einmal herstellen vielleicht sollten wir sollte ich noch mal schauen aber ich meine steinmesser sind in der tat im moment meine beste option die richter von weniger oder mehr weniger und gut also ich würde tatsächlich voll kirche bringen wir rüber wozu brauchen wir denn rote bete wozu brauchen wir denn die bären haferrocken apfel hier bären haferkorn und bären bärenbrei mhm ja hier kann man schon einiges schickes kochen ne nur wir können leider bis jetzt schon wieder i'm so sorry oh gott wir sind ja schon wieder weit über der zeit dann würde ich sagen wenn es euch gefallen hat lasst mir gerne daumen nach oben da schaut euch auch die anderen videos auf meinem kanal an und wenn euch gefällt was ihr seht würde ich mich über ein abo natürlich am meisten freuen beim abonnieren glocke aktivieren nicht vergessen wir sehen uns dann das nächste mal mal schauen wie es dann mit erwin und mir weiter geht habt bis dahin eine schöne zeit eure shazadi ciao ciao